Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiter folgenden Lesbian Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und ihr seht mich auf dem Rathaus Zwölfdorf und ihr habt schon im Subnail gesehen, ich gehe der Frage eigentlich eher selten nach, ob die Nerves, also die kleinen Truppenveränderungen, ob die wirklich so einen großen Ausschlag haben oder eher nicht, aber die kleinen Sachen stecken immer im Detail, muss ich sagen, denn im englischen Client, ihr seht das hier, die September Balancing Update oder das September Balancing Update ist now live und hier steht ganz klar, wir haben das schon angekündigt, bla 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 und wenn man dann mal auf Deutsch stellt und mal checkt, ist das da auch so? Ja, das ist da auch so, nur da hat sich dann jemand keine Gedanken drum gemacht, wie man eigentlich oder was muss ich eigentlich am Text verändern? Hier haben wir nämlich noch die Versionshinweise, immer noch von vor zwei Tagen und klar steht hier natürlich noch drin, dass die Balance Änderung Datum noch nicht bekannt ist. Sehr merkwürdig, ich meine der Rest ist gleich, man kann hier nach wie vor abstimmen und oder ich habe jetzt irgendwie ein Update auf mein Handy nicht gemacht, weiß ich nicht. Naja egal, egal, soll uns jetzt nicht weiter stören, was aber auch oder was mir oder einigen anderen auch gestern im Discord aufgefallen ist, ich habe hier übrigens immer noch nicht abgestimmt Leute und ist der, weiß ich nicht, der kleine Hinweis, den es vielleicht hier nicht gibt, also zumindest habe ich nichts im Text gefunden, ich kann mit meinem Rathaus 7er und kleiner nicht voten, kann ich nicht, also erst ab Rathaus 8 scheinbar geht das Voting hier, aber ich habe es nirgendwo entdeckt, vielleicht steht es auch irgendwo im Forum drin oder so, da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, aber man kann das nicht machen und ihr seht das hier, noch ist ja Zeit bis zum 16. glaube ich, ja bis zum 16. was ich eigentlich doof finde, ist, dass man, wenn man das einmal abgesendet hat, dass das dann quasi stehen bleibt und man sieht, für wem man gestimmt hat. Ist natürlich für mich nicht so schick, deswegen werde ich das wahrscheinlich erst ganz ganz spät machen, aber wir wollen jetzt mal auf den, auf die kleinen Nerfs zukommen, also die Versionshinweise hier, wir nehmen das mal in Deutsch, der Golem bekommt ja so ein bisschen HP reduziert, beziehungsweise ab Level 5, beziehungsweise der Schaden, entschuldige bitte, der Schaden ist ein bisschen reduziert bis Level 4, danach geht der Schaden bisschen hoch und was ich sehr interessant finde, habe ich gar nicht so gesehen, dass Level 8 und Level 9 Golems die Mini Golems von 2 auf 3 erhöht sind, da bin ich wirklich mal gespannt, ob sich das bemerkbar macht, denn 3 Stück dann jeweils auf die Trefferpunkte sind ja um 40 erhöht worden, also 3 mal 420 Trefferpunkte mehr, die die Defensive dann runterschießen muss und auch hier beim Drachen bin ich auch sehr gespannt, habe ich auch schon vorbereitet für euch 3.600 auf 3.900, das heißt also 300 Trefferpunkte mehr pro Drache, das macht dann bei 10 Drachen, die ich glaube ich jetzt gerade ausgebildet habe, satte 3.000 Trefferpunkte mehr, die die Defensive hier runterschießen muss insgesamt, also ich sehe das immer so ein bisschen insgesamt, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen mal rein ins geschehen hier und gucken mal, die Gegnersuche dauert gar nicht so lange im Moment, aber mal sehen, ob überhaupt noch 5 Golems, ob man das überhaupt noch macht, keine Ahnung. Und da haben wir unseren ersten Gegner, hat jetzt so circa 10 Minuten gedauert, die Suche hier, oder 5 Minuten, weiß ich nicht, die manchmal gestern ja auch, die 20 Minuten Wartung, die Supercell gestern noch herangeschoben hat, die kam mir vor wie eine Stunde, aber egal. Okay, wir wollen hier mal die Golems vorstürmen lassen, inklusive Karre und so ein paar Mauer, aber ich habe ich dabei für den Pass und ich würde sagen, wir nehmen diese Base hier ruhig mit, der hat natürlich Single Infernus, das heißt also, unsere Golems werden hier ganz, ganz schnell das Zeigliche segnen, wir nehmen hier mal ein Golem hier mal rein und ich nehme jetzt schon mal die Mauerbrecher, so, dann haben wir hier noch ein paar mehr Golems, Karre, Karre einmal dahinter, viele, 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 viele Bola und unsere Helden. Da steht der Worten auch nach unten, wunderbar. Und was habe ich denn sonst noch so dabei? Ich denke mal, wir nehmen so den Frost hier für die Single Infernus und hier hinten könnten wir eigentlich wieder rausspringen, mal sehen. Oh, ich habe zwei Sprungen dabei. Eieieiei, Tod hat eben mal zwei Sprungen dabei, ja, natürlich krass. Und dann muss ich jetzt mal schauen, alter Falter, aber man kann, man kann das, glaube ich, so gut wie gar nicht sehen. Ich habe jetzt wahrscheinlich ziemlich viel hier sterben lassen gerade. Ich sehe gar kein, ich sehe, ich sehe hier im Getummel gar keine kleinen Gole. Ich sage, ah doch, hier unten ist noch ein, ist noch ein großer Golem, okay, da ist noch ein großer Golem. Dann, ähm, nehmen wir, glaube ich, hier mal unseren Loon mit rein. Und, ah, da sind das, ach nee, das sind schon kleine Golems, okay, ein großer und ein paar kleine. Aber die gehen gar nicht mal so schlecht. Die gehen gar nicht mal so schlecht hier. Ähm, muss ich mal so sagen, die sind durch die Base jetzt ganz gut geratzt hier. Und, ähm, das hat sich in jedem Fall, würde ich sagen, vom Angriff her gelohnt. Ich meine, die zwei Sprungsrauber waren hier jetzt ein bisschen über. Aber man kann sich dann ja auch nicht wirklich aussuchen, ähm, welche Base man hier macht. Und ich kann, ich habe immer noch einen tankenden, tankenden Golem hier. Mal sehen, wenn der jetzt gleich auseinander geht. Da, da sind die drei Stück. Ah, wunderbar, dann haben wir es wenigstens sauer mal gesehen. Und, ähm, unsere Queen ist aber noch komplett zündbar. Alter Falter. Warden ist auch noch da gut dabei. Ähm, und auf der anderen Seite auch noch mal Golems. Also, ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch das jetzt so ein ganz kleines bisschen das Gefühl habt, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, da, da seht ihr die drei. Und, ähm, hier sind, hier sind jetzt keine mehr. Okay, aber die haben echt gut durchgetankt. Die haben richtig, richtig gut durchgetankt an der Stelle. Und 40 Sekunden. Nicht, dass wir hier in so einem Time-Fail laufen. Kann man das im CK nehmen? Kann man die Truppe wieder nehmen im CK? Ja, ich meine, einen hat man ja ab und zu mal dabei, so vor die Karre zu setzen. Aber, dass die jetzt so gut hier durchgegangen sind, das hätte ich echt nicht erwartet. Muss ich mal so sagen. Mal sehen, ob sich die Drachen auch so gut schlagen. Ähm, alter, das war, das war ja mal echt fett mit 5 Golems. Ich glaube, die bauen wir einfach mal nach. Mir fehlt hier allerdings jetzt gerade ein Zauber, sehe ich gerade. Ah, nee, mir fehlt kein Zauber. Ich habe den Gift nicht genommen. Und, habe ja jetzt, glaube ich, eine Karre weggegeben. Und ich brauche jetzt gleich aber irgendwas mit Luft. Ich brauche hier mit irgendwas mit Luft. Wir nehmen mal einen Ballon mit, glaube ich, nach vorne und bauen die jetzt einmal nach. Dann haben wir einen ganz, ganz kurzen, hellen Reck. Und dann sind wir gleich wieder da. Ich lasse mir mal eben die CB befüllen. Und da machen wir natürlich auch einen Angriff mit den Drachen. Ich würde sagen, die ist hier perfekt für uns. Ähm, Multi Infernus. Queen tänzelt da außen rum. King tänzelt da außen auch rum. Die nehmen wir in jedem Fall mit. Ähm, das, was ich eigentlich nicht so gut kann. Ich kann eigentlich wirklich nicht gut mit Fledermausbäll. Ich kann nicht so wirklich gut mit dem Fledermausbäll. Ähm, aber ist nicht so schlimm. Wir nehmen hier einmal unsere Helden mit rein. Und mir fällt vor allen Dingen gerade was auf. Das stellen wir natürlich gleich mal ab. Das stellen wir gleich mal ab. Komme ich aber gleich mal zu. Und, ähm, aber erst mal die Helden hier weg machen. Beziehungsweise wenigstens die Queen. Ich meine, die stört bei Drachenangriffen nicht wirklich. Ähm, aber ist ja egal. Dann ist die schon mal weg. Und, äh, was kommt denn da raus? Kommen da, äh, da kam, da, da kam jetzt gerade so ein bisschen, ich sehe das jetzt gerade. Da kam ein bisschen Clanburg raus. Okay. Das muss aber jetzt meine Queen machen. Das ist zu Fuß Clanburg. Und, äh, mal sehen. Mal sehen, wie weit die jetzt noch geht. Ich stelle den aber schon mal nach oben, den Auto. Und, ähm, dann haben wir hier schon mal eine Luftabwehr weggemacht. Oder ist das nicht schlecht? Äh, da können wir, glaube ich, hier schon mal ein bisschen weiter fahren. Ja, ne? Jetzt muss ich die allerdings auch kurz mal zünden. Und, ähm, dann würde ich sagen, wir ziehen hier mal ein paar rein, dass in jedem Fall jetzt die Masse unserer Drachen jetzt gleich hier in der Base bleibt. Und, ähm, so, damit haben wir unseren kleinen, aber feinen Funnel geschaffen. Das, was mich jetzt gerade so ein bisschen stört, ihr seht das schon, ist der Feger. Ist der eine Feger da. Und ich bin mir ja nicht zu schade, auch mal einen Feger zu frosten. Wenn nicht sogar zweimal. Jawohl, da haben wir ihn schon mal schön gefrostet. Und, die Drachen sind jetzt schon mal am Rathaus dran. Das ist nicht schlecht. Und, da geht das Rathaus jetzt auch down, glaube ich. Mal sehen, ich habe, ich habe meinen Worden, ah, okay. Mein Worden war natürlich ein bisschen, bisschen dusselig platziert hier. Aber, wir haben ja noch unsere kleinen, aber feinen Fledermäuse hier. Ähm, das heißt, ich muss jetzt eben mal schauen, wo ich jetzt noch einmal friesen kann, wenigstens. Ich glaube, an der Stelle war es ganz gut. Aber, komm, hält der Fries lange genug. Jawohl. Der ist noch mal weg. Und, jetzt geht auch mein Slammer da auf. Ich habe noch, ich habe noch ein bisschen was an Drachen. Aber, ich habe auch da hinten noch einmal Flächenschaden. Wenn die jetzt aber ganz gut durchgehen, hier die Fledermäuse. Ich gehe mal ein bisschen näher rein. Boah, dann sieht das ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Auch der ist gar nicht mal so schlecht, der Angriff. Aber, da hinten ist natürlich der Multi-Inferno. Ah, ich habe jetzt keinen Frost mehr für den nervenden Feger da. Ah, ihr seht das, ne. Da ist eigentlich kein, kein Rankommen mehr. Aber, außen laufen, laufen wollte ich gerade sagen, fliegen meine Drachen noch. Da fliegen meine Drachen noch. Und, das sind ja sogar noch ein paar. Sehe ich gerade, der Feger ist schon mal weg. Und, ähm, 19 Sekunden, 18 Sekunden, das ist höchstens ein Timefare, Leute. Geht. Äh. Ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt. Ich meine, Toto kriegt hier in einer Folge zwei Angriffe, womöglich mit zweimal drei Sternen hin. Im Rathaus-12-Bereich, okay. Der hatte jetzt auch nicht so dolle, die, ähm, tatsächlich, die CB. Aber das gibt es auch echt mal sehr, sehr selten. Muss ich mal so sagen, dass ich zwei Angriffe hintereinander mit verschiedenen Truppen, Dreier und auch vor allen Dingen gerade mit dem Fledermauspel, der ist mir nicht ganz geheuer. Nehmen wir nochmal nach, Leute. Nehmen wir echt nochmal nach. Und, ähm, wir haben aber eine Truppe, habe ich jetzt so ein bisschen außer Acht gelassen. Das sind die Schweinereiter. Ist aber nicht so schlimm. Die Schweinereiter sind schneller geworden. Die Schweinereiter sind schneller geworden. Ich habe da einen Angriff für euch. Da muss ich ein bisschen, da muss ich ein bisschen schmunzeln, muss ich sagen. Warte mal, wer war es hier? Dominik. Ähm, nein, nee, ich glaube, wir müssen hier schon in den etwas höheren Bereich. Äh, der, da ist der Dombetta. Ähm, die sind schneller geworden. Warum ich das meine und warum ich eigentlich so lache, guckt euch den Angriff ruhig mal an. Und, ähm, ja, die haben auf jeden Fall ein bisschen PS gekriegt, obwohl sie eigentlich weniger Heelpoints haben. Also weniger Trefferpunkte. Ähm, dadurch sind sie vielleicht etwas leichter geworden. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man das jetzt deuten kann. Aber ihr müsst euch den Angriff einfach jetzt anschauen. Und, ähm, denn er hat hier ja Schweinereiter genommen. Auch nach dem Nerf jetzt. Und, äh, dann checke ich die jetzt mal nicht, sondern hat, hat er sie halt jetzt für mich gecheckt. Im Klankrieg direkt. Und, ähm, na, wir gucken mal, wir gucken mal, wie weit er jetzt mit seinem, mit seinem KS kommt. Also mit dem eigentlichen Killsquad. Das sieht aber noch ganz gut aus. Und, da kommen jetzt schon mal die Hocks raus. Ihr seht das hier. Aber, hier hinten ist noch ein Drachen. Zwei Drachen sogar. Zwei Drachen. Und er schickt die Hocks hier schon auf die Reise. Äh, Mann, Mann, Mann. Aber seht euch das an. Ich glaube, die, wie gesagt, die haben an, etwas an Gewicht verloren. Ähm, die Hockrider, denn, die, die hüppeln dem Drachen jetzt davon. Ist der Hammer. Die hüppeln den Drachen davon. Und, ähm, der Drache hier. Ah, die Queen schafft den einen Drachen nämlich nicht. Weil da noch, weil da eine Mauer ist. Jetzt ist er gleich außer Range. Und dann muss sie da hinten rüber. Äh, schade eigentlich auch. Aber eigentlich, ähm, ja. So ein Drachen, der ist eigentlich ganz schön fiese. Aber er ist auch unheimlich langsam. Und, ähm, die Hocks sind, sind einfach mal an der Stelle ein bisschen schneller. Jetzt hat er aber noch außen, ähm, so ein paar Lakaien. Äh, okay, der, der, ähm, eine Kobold da wird es natürlich nicht reißen. Ähm, jetzt ist der Eisgolem kaputt gegangen. Dadurch ist der Drachen jetzt nochmal aufgehalten worden. Und jetzt geht er nach außen hier auf die Bogenschützen. Und, ähm, hier oben ist das Fest schon gegessen. Also, ähm, hier sind die Hocks komplett durchgehüppelt. Und da machen die da hinten natürlich jetzt auch mit ihren Cleanup weiter. Aber der Drachen hier, der wird, na, jawohl, Magier hat es gepackt. Der Magier hat es gepackt. Auch nicht schlecht. Also, auch hier die Hog Rider. Nach dem Nerf immer noch, denke ich mal, ganz gut zu gebrauchen. Ähm, also ich glaube nicht, dass die jetzt leichter geworden sind und wie eine Feder dem Drachen davonfliegen oder so. Ähm, aber hat er, glaube ich, ganz gut gemacht hier. Drei Sterne, zehn auf Nummer zehn. Und, ähm, es sieht auch noch ganz, äh, ganz gut aus. Ich muss jetzt meine Angriffe auch mal ein bisschen vorbereiten und da mal ein bisschen aus der Pötte kommen. Aber, ich stelle meinen Jungs jetzt gleich mal diese beiden Angriffe hier vor, die ich mit dem, mit dem hier jetzt eben gemacht habe. War ja nicht mal so schlecht. Ich hoffe, es hat euch ganz gut gefallen. Dieser kleine, kleine Nerf-Check, was ich ja eigentlich eher selten mache. Aber man kann die Truppe so nehmen, könnt ihr selber mal ausprobieren und könnt das auch natürlich wie immer runterbrechen auf eure Rathausstufen. Das heißt also, ist dann letztendlich nur die Anzahl der Golems ein bisschen weniger, der Drachen ein bisschen weniger. Aber, müsst ihr mal checken in der Tabelle, ist mein Drachen eigentlich betroffen, beziehungsweise ist meine Truppe betroffen und, äh, checkt das einfach mal aus. Ich hoffe, es hat euch vom Check hier ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und den, um nichts mehr zu verpassen. Und bis dahin, euer Toto. Flasht. Flasht.